Endlich ein optischer Herzfrequenzsensor, der funktioniert und nichts mehr da wo man atmet um die Brust. Das hat mich schon immer gestört. Ja fast 30 Grad im Schatten hier heute und in der Sonne noch ein bisschen mehr. Das mitten im April, echt tolles Wetter und ich nutze die Gelegenheit heute mal das Video für den TK fit zu machen, um euch zu zeigen wie das funktioniert, dass es funktioniert und ich bin ja so ein Mensch bei dem optische Hard Rate Sensoren leider überhaupt gar nicht gut funktionieren. Und alles was so am Handgelenk bringt, egal ob es die 953 oder die Fenix 5X ist, ich habe jetzt mal beide dran, um hier auch mal unterwegs ein paar Pulsmessewerte zu vergleichen, euch zu zeigen, dass das Ganze genau ist. Bei mir funktioniert das am Handgelenk nicht und ich hatte auch schon mal so einen Armreif von Socce oder so ähnlich wie die heißen, das hat auch nicht funktioniert und der TK fit ist der erste, der funktioniert und den macht man ganz einfach hier um den Arm herum. Wahoo zeigt es so, ich mache es aber auch oft so nach innen, weil ich es ein bisschen angenehmer finde und ich ziehe den beim Radfahren ganz nach oben an den Unterarm, hier in die Innenseite, das funktioniert auch super, damit man ihn letztendlich da nicht sieht und damit er auch nicht stört, wenn ich auf dem Auflieger liege. Hat sich also auch bewährt, egal wo man das Ganze anbringt, es werden zwei verschieden lange Straps mitgeliefert. Der hier ist ein bisschen kürzer, wahrscheinlich so für Frauen oder wenn man das Ganze weiter unten anbringt, geeignet. Ich brauche tatsächlich den längeren hier. Gerne könnt ihr auch mal in meinen Staber-Account gucken, wo ich die letzten, wie gesagt, die letzten zwei, drei Monate, alles was ich gemacht habe, war mit dem TK fit. Und ihr seht, das ist keine nennenswerten Abweichungen von der Herzfrequenz, da ist so ein Brustgurt, ich laufe jetzt parallel mit so einem Brustgurt, der ja eigentlich genauer ist und natürlich auch schneller in der Reaktionsfähigkeit. Das ist auch gegenüber dem TK fit wahrscheinlich der Fall. Aber beim Laufen zum Beispiel habe ich das Problem im Winter, wenn ich nicht richtig warm bin, so die ersten ein, zwei, drei Minuten, funktioniert der nicht richtig. Zagt der komische Werte an, weil ich halt noch nicht schwitze. Der braucht ja immer ein bisschen Feuchtigkeit. Außerdem war ich noch nie ein Freund von diesem Brustgurt. Ich habe es zwar immer gemacht, weil ich nach Puls trainieren wollte, aber eigentlich ist das nicht so cool. Was ich halt super finde, dass der TK fit ewig hält. Der hat eine 30-stündige Batterielaufzeit, das heißt, ich lade den einmal auf in der Woche oder alle zwei Wochen und lasse das einfach laufen. Also ich bin auch noch nie irgendwie, dass die Batterie leer war. Und das ist hier so ein kleiner Magnet, mit dem man das aufladen kann. Jetzt fürs Laufen werde ich das Ganze hier am Unterarm tragen. Gerade beim Laufen würde das hier oben nicht so schön sein, das würde mich stören. Ja, und dann schaltet man das Ganze an. Dann blinkt er hier blau und in dem Augenblick weiß ich auch, dass das Signal übertragen wird. Wichtig ist, nie zu fest anziehen, sonst schnürt man sich ab. Und dann werde ich jetzt mal loslaufen und versuchen unterwegs auch noch ein paar Aufnahmen mit den vergleichbaren Werfen zu machen. Also die GAMI 935 Triathlon Uhr links, die zeigt die Herzfrequenz vom Brustgurt an. Und rechts, das ist der Ticker Fit. Und das weiche ich jetzt so ein bisschen ab, weil es immer hoch und runter geht. Ich stehe hier gerade und dann laufe ich jetzt mal los. Viel zu warm. So, ich treibe jetzt mal den Puls ein bisschen nach oben und dann sieht man, dass der rechte, also der Ticker Fit, auch immer ein bisschen länger braucht. Das ist normal im optischen Herzfrequenz-Sensor, aber nach fünf bis zehn Sekunden ist er auch da, wo der Brustgurt ist. Also alles gar kein Problem. Drei Monate bin ich nicht mehr mit Herzfrequenzgurt gelaufen. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das nervt, das Ding, wenn man das erst mal sich abgewöhnt hat. Also für mich ist der Ticker Fit echt ein geschenktes Himmels. Endlich ein optischer Herzfrequenz-Sensor, der funktioniert und nichts mehr da, wo man atmet um die Brust. Das hat mich schon immer gestört. Kleiner Intervall, um den Puls ein bisschen nach oben zu treiben und versucht, das zwischendurch auch ein bisschen zu finden. So, 150er Puls ungefähr. Muss ich auch mal ein bisschen Gas geben. Der Ende des Intervalls, 162er Puls auf beiden Geräten. Funktioniert echt super. Überall die Obstblüte hier. Echt schön. Ich bleib jetzt mal stehen. Jetzt können wir mal gucken, wie schnell die beiden Herzfrequenz-Sensoren reagieren und der Puls runtergeht. Wir haben beide ein bisschen Reaktionszeit. Und der optische Herzfrequenz-Sensor hängt immer so sechs, sieben Schläge hinterher. Was aber für optisch echt gut ist. Hier gleicht er wieder aus. Also man sieht, der ist auch relativ schnell in der Reaktionszeit. Das ist echt super. Dann mal los. Was bemerkenswert ist, dass der Ticker Fit auch jetzt bei der Hitze und der Sonneneinstrahlung funktioniert. Aber man muss ja bedenken, das ist ein optischer Herzfrequenz-Sensor, der mit einer LED auf die Haut leuchtet, um dann die Kapillaren zu sehen mit einer Kamera. Und das bei dem hellen Licht hier heute, bei der Sonneneinstrahlung, funktioniert einwandfrei. So, zurück in der Zivilisation, sieht sich mein Shirt wieder an. So, ich bin wieder zurück und bin froh, wenn ich das Ding hier wieder los bin. Ja, drei Monate nicht damit gelaufen. Das war echt ungewohnt. Will ich nie wieder haben. Im Triathlon-Wettkampf, da weiß ich noch nicht, wie das hier funktioniert. Ob das im Wasser dran bleibt, das muss ich tatsächlich nochmal testen. Ich würde es vielleicht am Oberarm befestigen, damit man es hinterher auf der Radfahrt auch oben hat. Dann müsste es eigentlich unter dem langen Ärmlichen Triathlon-Anzug drunter passen. Das ist so der einzige Punkt, wo ich noch nicht weiß, ob es hundertprozentig funktioniert. Aber ansonsten ist das für mich ein Segen, weil bei mir, wie gesagt, diese optischen Herzfrequenz-Sensoren leider nicht funktionieren. Ja, auf dem Rad, wie gesagt, mache ich es hier oben. Dann gibt es nur ein einziges zu bedenken. Wenn ihr wirklich ganz hart in den Wiegetritt geht, dann kann es sein, dass er den Puls nicht korrekt nimmt. Zumindest für die Zeit, wo ihr richtig am Lenker reißt. Aber da müsst ihr schon 15, 18 Prozent und richtig am Lenker reißen, weil ihr da die Muskulatur so anspannt, dass es wahrscheinlich durch die Haut das mit den Kapillaren nicht so wirklich funktioniert. Das ist aber auch das Einzige, was ich bisher gemerkt habe, wo es eine kleine Unschärfe gab. Ansonsten, ihr könnt euch diesen Lauf auch bei Strafe angucken. Ich verlinke den. Dann seht ihr, wie die Kurve wirklich smooth funktioniert hat. Das einzige 5 bis 10 Sekunden etwas langsamer in der Reaktionszeit, aber auch wirklich nicht schlimm. Das heißt, für mich, zumindest für so, wie ich trainiere, ist das überhaupt gar kein Problem. Also für alle, die die optische Herzfrequenz-Sensoren am Handgelenk, wo das da nicht funktioniert, gibt es hier wirklich einen zuverlässigen Begleiter. Ja, soviel zum TK-Fit. Sehr genau, sehr zuverlässig. Bisher keine Probleme in drei Monaten. Sehr lange Batterielaufzeit. Sehr leicht, sehr bequem zu tragen. Stört überhaupt gar nicht am Arm. Echt tolles Teil. Ja, wir haben echt super Ideen. Hallo. Stromzaun. Stromzaun. Stromzaun.